Wir vom Nationalpark Donauauen sind heute auch auf der Ferienmesse. Ich habe einen Erlebnisstand vorbereitet. Es geht um Amphibien im Nationalpark und man kann bei mir mikroskopieren, man kann Schlangen, Froschmodelle angreifen und natürlich ganz viele Quizfragen lösen. Der Nationalpark Donauauen ist immer eine Reise wert und kommt auch bei uns vorbei.